Fantastisch. Das war es von mir. Das war es von Matthias und so weiter und so fort. Da muss es bearbeitet werden. 1, 2, 3, dies, 1, 2, 3, dies, das. Gar nicht mal so einfach. Ja, falls sich irgendwer gewundert hatte, weil es jetzt wirklich schon, glaube ich, eine Woche oder so gedauert hat. Deswegen, ja, wir können es ja mal eben gucken. Kontakt at Kinderhospiz Baldassar. Na gut, meinen Nachnamen werde ich mir ein bisschen überschwärzen. Ihre Spende in Höhe von 1.150 Euro. Einmalig ist soeben bei der Kinder- und Jugendhospizstiftung Baldassar eingegangen. Vielen Dank. Wir versichern, dass ihre Spende ausschließlich für das Kinder- und Jugendhospiz Baldassar eingesetzt wird. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wir kriegen jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen auch, also innerhalb der nächsten zwei Wochen wird es abgebucht und wir bekommen dann auch noch auf dem Postweg eine Bestätigung. Und sobald die da ist, werde ich sie natürlich dann auch noch zeigen. Und ja, das war es im Grunde. Wir haben es halt, wie gesagt, von diesen 1.107, haben wir es nochmal auf 1.150 aufgerundet, damit es halt ein rundherer Betrag ist. Und hoffentlich wird es dann für was Richtiges genutzt oder für was Wichtiges genutzt im Kinderhospiz. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an alle, die dabei waren. Das können wir bald auf jeden Fall nochmal machen, diese Spendenaktion. Aber dann nicht mehr bei Lichi, weil das war mir echt zu kompliziert, ey. Mann, 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 solange wie das gedauert hat. Aber nun gut, ich wollte euch nur informieren, dass ihr wisst, dass das Geld jetzt auch beim Kinder- und Jugendhospiz eingekommen ist. Macht's gut. Gut. Gut.